Herzlich Willkommen Leute und Herzlich Willkommen zu der nächsten Staffel von Rainbow Six Siege Folge 3 Mit dabei ist die nächste Redaktion, der den Match ist gut, aber sie erwähnt es nicht. Ja moi Bei mir auch So kann man keine Folge aufnehmen Ok Challenge Time, das haben wir extra, also wir haben Rainbow Six Siege gefragt Ob die das extra machen können für uns, nur für uns Dass wir auch endlich mal irgendwie Spaß haben und keine Langeweile, weil das ist jetzt so einfach immer bei uns, ne Wir gehen Finn ja immer Und jetzt so im Hintergrund, da steht Multiplayer locker Doch, das ist die, auch wenn du aus der Runde rausgehst, ist das Wenn du die Runde beendet hast, ist das trotzdem noch Auch im Hauptmenü Nein, nicht nur in der Runde, auch im Hauptmenü Auch im Hauptmenü Ja, ist Challenge Time, haben wir doch Rainbow, wir haben doch gefragt Ja Pussy Ja, ja, Rainbow Six Siege gibt das ja auch nur den Pros Ja 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 und Robowolf ist auch heute in der Folge dabei, moin Stell mal vor, der ist wirklich deutsch Ja Junge, das ist nervig Hallo, ich bin Dena, ich bin PewDiePie ineinander Wuuu Okay, ist das schon mal ein guter andere Du siehst doch eh nichts C4 Ich seh auch nichts Ich seh auch nichts Junge, Kohle, Kohle, Kohle Mach mal auf Please go Go Du ja Pier bog Ich seh auch nicht Ich seh auch nichts Ich seh auch nichts Deine Ich seh auch nichts der kohle kohle ich sehe nicht ja ich doch auch nicht guck doch das ist kohle 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 der pfg bändet bei unten auch Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, aber der kommt gleich wieder. Achso, ja, Back. Back. Ja, dann kannst du mir eigentlich mal ein Blas. Ach, ja. Soll ich in die Garage Back oder eher nicht? Soll jemand noch mit mir kommen oder nicht? Ja. Ich mach die Luque hier bei euch hier hinten. Okay? Ich mach die hier. Okay, ich geh in die Garage. Garage. Alter, dein Mikro. Ich guck her. Hat immer noch eine Wand auf? Hat immer noch eine Wand? Nee, komm nicht Garage. Sie kommen von dem Ding da. Wie heißt der? Tunnel, ja. Komm, wir gehen hier rum. Okay. Ja, wir haben irgendwo noch... Nee? Nee, nee. Nee, du... No. Nee, nee. Nee, nee. Ich hab' den Fernern Christmas. Ich hab' den Fernern an, aber ich hab' den Schlecker drauf. Sie haben immer noch gekonnt. ok der kommt da jetzt rein der steht da jetzt ganze zeit ist aber alleine ja ich brauche hilfe ja mann du fortseiter junge mann weil ich nichts sehe es geht mir auf die eier mann weil ich nichts verficktes sehe ich kann 0 sehen man nicht wundern wenn wir es verkaufen weil wenn toso geht mir auch auf die nerven mit seinem kackt mikro links auch da und rechts ja zu spät vento so mann mikro ist echt am arsch alter ich sehe nichts was soll ich nehmen junge kauf dir neues mikro mein mikro ist also es kaputt geht aber nach aber ich benutze es einen tag nicht es geht wieder ich liebe diese setz setz ach schön ach schön was 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 alter finne junge vento nimm ihn doch einfach die dings weg man ach 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 auch aktuell besch Ihr dringung für die pause wenn dort und geht mir immer noch auf die nerven junge steckt doch einfach mal an stecker reiden auf kohle 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 bände beendet geht wieder runter achtung sponkel sind schon unten du hast genervt wie sau hat granaten oder sowas schön dass die andere nicht mal explodiert ist das war kohle 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 ja die haben so einen scheiß gehabt okay einer da beide drinnen beide drinnen beide drinnen nein du kannst an der seite ist offen ich komme zu dir mach hier auf mach da warte öffne öffne ich guck mit cam noch und mach dort hinten bei dir auch auf ja ja nur mit shotgun alter ja 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 da kannst du mir eigentlich mal einblas wenn du so nimmst du da ja ja da brauche ich nichts sehen ja ich ja und hier schon immer mach bitte einfach eigentlich alles zu ja blut brauchen wir jetzt eigentlich nicht doch blut brauche ich ein hier bei mir dann später nein 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 buck bisschen weiter nach da du kannst das funktioniert trotzdem ja ich brauche hier eine ja ich brauche eine hier und eine dort hinten buck buck junge buck mute da schnell scheiß auf die wand ja hinter dir und dem jutke brauche ich nicht heute geht guck mal raus okay da ist einer wo treff geh weg ja da ist der da ist einer da ist der Dein Mute nervt, ne? Ah, das ist Kacke. Das ist Kacke. Tulsa, komm mal zurück. Ja, ich komm mit. Ich muss da irgendwo von Cavera aufladen. Ah. Efe. Ja, mach Interagation. Äh, ich bin rot, ich bin rot. Ich bin rot, ich bin rot, ich bin rot. Geht nicht. ja ja mach mal ein paar weil ich ja hier bin ja deswegen deswegen bin ich fenster was ich aufpasse ich auf las habe ich ach ja kohle 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 ja damit wir sie was anderes will wenn was anderes will wenn er sagt jetzt ob du nicht schocken holz jetzt können wir nicht alles helfen wir haben aber im jude so den sieht man nicht so und wenn dann jemand hierhin kommt dann sprengte auch das sieht man auch nicht ja dann geht er wieder weg ich kann ich gehe runter ja unten window ich guck strip club schild oben crazy crazy geh mit der echo-drohne bitte schnell der hier schön dass mich erschrocken hast danke ja junge das ist blitz man nein das ist das ist unrealistisch bitte gewinn tötet ihn jetzt er jetzt musst du ja jetzt zu spät bleibt nicht gelass den oh mein gott man du hättest vorgehen müssen wenn die elamine da schießt was machst du mein gott er steht einfach nur rum und macht nichts guck nichts nein ist nicht du musst du bist dran nächste runde ist crazy ja da kannst du mir eigentlich mal einblas natürlich hier